Menschen denken, es ist schwer zu töten, einen anderen Menschen zu töten. Es ist nicht. Willst du uns verarschen? Kann ich dir helfen? Ich möchte hier Unterkünfte für Asylbewerber anbieten. Wir sollten wahrscheinlich froh sein, dass die Tommys endlich weg sind, nicht wahr? Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr mir diese Hooligans in Uniform auf die Nerven gegangen sind. Was ist mit dem Engländer? Was soll mit dem sein? Klaus, der Typ kostet uns Geld. Der Typ sieht aus, als hätte er mehr Probleme mit sich selbst. Vergiss den einfach. Ich heiße Sadayesh. Wie heißt du? Ich heiße Pilgrim. Du heißt wirklich Pilgrim? Ich bin Klaus. Ich bin Klaus. Du wirst ihn nicht beschädigen. Pilgrim, du hast ihn zu lassen. Pilgrim! Der Typ kostet uns admissions. Soll der Typ kostet uns Geld. Er ist nicht sicher. Der Typ kostet uns das. Der Typ kostet uns Küchen. Der Typ kostet uns klausel. Der Typ kostet uns Klausel und Klausel. Vielen Dank.